Das Lawyer's Legacy Weihnachtsupdate ist da. Ihr könnt ab jetzt mit dem Weihnachtsanwalt Geschenke sammeln gehen und versuchen, den Bad Center freizuspielen. Außerdem gibt es neue Skins, eine Levelauswahl, zwei neue Levels, nicht noch mehr Lava, ha ha ha... ...und den lokalen Multiplayer. Ich bin gespannt, ob es jemand schafft, alle Geschenke zu finden.